Herr Neubrich, dann können Sie uns ja vielleicht einfach mal erzählen, wie sind Sie denn überhaupt zur Waffen-SS gekommen? Ich bin schon als SS-Mann geboren. Ich bin 1927 geboren, mein Vater trat 1929 in die SS ein. Dadurch bin ich mit der SS aufgewachsen. Ich habe dann bei meinem Vater gebettelt, mich freiwillig melden zu dürfen zur Waffen-SS. Das hat er grundsätzlich abgelehnt, bis mein letztes Argument hat dann gezogen. Ich habe gesagt, wenn ich heute zur Musterung gehe, muss einrücken, dann muss ich dorthin gehen, wo sie mich hinstopfen. Habe ich mich aber vorher freiwillig gemeldet, dann komme ich dorthin, wo ich will. Und das hat gezogen, daraufhin hat er mir erlaubt, mich freiwillig zu melden und hat dann auch selbst unterschrieben. Und wann war das? Wie alt waren Sie da? Da war ich 15 Jahre alt. Mit 16 bin ich ja schon eingerückt. Und welches war dann Ihre Einheit? Bitte? Welches war dann Ihre Einheit, in der Sie dann waren? Also eingerückt bin ich zum Ausbildungsbataillon der Totenkopfdivision. Da war ich ein Vierteljahr noch Grundausbildung machen. Dann wurde ich versetzt nach Berlin in die LAH-Kasange. Dort habe ich Kfz-Ausbildung noch gemacht, zweieinhalb Monate. Und dann wurde ich kommandiert nach Ungarn. Dort kam ich dann zur 2. SS-Panzerdivision das Reich. Genau gesagt zur SS-Panzerdivision Brigade Mott. Okay, und welches war Ihr Kommandeur? Wie hieß der? Das weiß ich nicht mehr. Das ist noch nicht mehr. Manchmal kann ja sein, manchmal, manche Sachen, manche Namen, die... Der Durcheinander in dieser Zeit war ja schon verheerend. Ich kam damals nach Ungarn. Er hat mich schon gewundert, dass keiner von meinen Kameraden einen Ämmelstreifen trug. Dann habe ich mal höflich angefragt, wo bin ich denn hier eigentlich gelandet? Dann sagte man mir zu meiner Überraschung, bei der Ausbildungsgruppe Nött... Das waren für mich spanische Dörfer. Was versteht man unter Ausbildungsgruppe Nött? Die ganzen SS-Divisionen wurden nach der Athenian-Offensive, die gescheitert war, unter geheimen Namen nach Ungarn verlegt. Und so erhielt die SS-Panzerdivision das Reich den Namen Ausbildungsgruppe Nött. Also man musste mal lange warten, bis überhaupt jemand sagte, wer das wirklich war. Aber ich muss sagen, ich bin dort eingegliedert worden auf dem Truppenübungsplatz Hai Maska in Ungarn und war von der ersten Stunde an mittendrin. Ich hatte etwas, wie soll ich denn sagen, Anfangsangst. Denn man hat so viel gehört, wenn man als junger Mann zu den alten Hürden da kommt und dann wird man schikaniert und für alle Dreckarbeit eingesetzt. Dem war nicht so. Ich war vom ersten Tag an ein gleichberechtigter Kamerad und wurde auch als solchen von der Führung wie von den Mitkameraden behandelt. Ich hatte also nichts zu klagen. War also eine gute Stimmung, eine kameradschaftliche Stimmung? Ja, einwandfrei. Die ich eigentlich nicht erwartet hätte. Und wie haben Sie sich gefühlt? War das für Sie dann eine gewisse Sicherheit dadurch? Ja, ohne Zweifel. Ich wurde dann einem Rottenführer, ich kam ja in eine Werkstattkompanie, und wurde dort einem Rottenführer zugeteilt. Da stammte er von Ilvesheim bei Mannheim. War selbst HJ-Führer, hatte das goldene HJ-Abzeichen. Er entsprach also genau meinem Vetter, der auch mein Freund war. Und es war eine Beziehung, die sofort hundertprozentig klappte. Das ist ja toll, in so einer Zeit, dass man so eine Situation hat. Ja, ja. Dass man dann menschliche Bindungen hat, die einem... Ja, wir fühlten uns aus derselben Heimat. Mannheim, Kaiserslau, der ist ja bloß 60 Kilometer entfernt. Das war wunderbar. Super. Und gab es denn da irgendwie... Wie war denn so die Stimmung? War das politisch oder war das eher so, dass man seine Arbeit gemacht hat? Nein. Wie war das für Sie? Politisch war überhaupt nichts im Verzuge. Wir hatten regelrecht, Schützenpanzer zu reparieren für die Brigade Mott. Aber politisch gar nichts. Das war also Ihre Arbeit wie in einer Autowerkstatt? Ja. Das Einzige, jeden Tag ein anderer Standort, weil es ja immer weiter Richtung Westen ging. Der Russe kam immer näher, bis dann am 6. März 1944 die letzte große Offensive begann unter dem Namen Frühlingserwachen. Dort wurden wir dann eingesetzt zur Wiedereroberung von Stuhl-Weißenburg. Das heißt, eine Panzereinheit, naja, man kann dazu so sagen. Sie bestand zum Teil aus Tigerpanzern, zum Teil aus Panzer 4, zum Teil aus Sturmgeschützen. Es waren also gepanzerte Fahrzeuge aus allen möglichen Richtungen zusammengefasst, die dort zum Einsatz kamen. Die Panzer fuhren vorneweg, hinten dran die Panzergrenadiere direkt. Und wir kamen etwas später und hatten die Aufgabe, versprengte Russen oder noch bestehende Verteidigungsnester auszuräuschern, die Russen gefangen zu nehmen. So marschierten wir in Stuhl-Weißenburg ein, schön der Reihe nach auf jeder Seite der Straße entlang. Alles blieb ruhig. Unsere Panzer waren schon so weit voraus, dass wir sie schon gar nicht mehr hörten. Alles blieb ruhig. Fünf Minuten, zehn Minuten, eine halbe Stunde. Nichts tat sich. Bis auf einmal, mit einem Schlag. Ein Gedonner von Geschützend. Das war verheerend. Den westlichen Teil von Stuhl-Weißenburg hatten die Russen überhaupt nicht besitzt. Dort sind wir regelrecht ins Leere gelaufen. Hatten aber in der Mitte von Stuhl-Weißenburg eine Verteidigungslinie aufgebaut, die nicht zu überwinden war. Und die haben unsere Panzer restlos zusammengeschossen. Es kam kein Fahrzeug mehr zurück. Bei uns hieß es dann auch Stopp. Wir gingen nicht mehr weiter vor. Wir versuchten uns dann eine Ecke oder irgendwas auszusuchen, um über Nacht noch uns verteidigen zu können. Wir wussten ja nicht, was kommt. Das war aber alles überflüssig. Wir wurden sofort abkommandiert, wieder zurück zu unserer Heimat. Dabei sollten wir an eine Kampfgruppe die russischen Gefangenen übergeben, die wir ja gar nicht gemacht haben. Das war eine Kampfgruppe, das war ein lächerlicher Haufen. Ungefangen aus allen Richtungen. Von der Wehrmacht, von der Luftwaffe, von der Marine, vom Arbeitsdienst. Es waren sogar Männer dabei mit der Anbinde von der Organisation TOT. Es war ein komischer Haufen. Ich war froh, wie ich sie nicht mehr sah. So gingen wir zurück und dann ging der Rückzug weiter. Immer von Station zu Station. Bis, das war ungefähr 80 Kilometer westlich von Kierja, abends plötzlich kamen LKWs. Wir wurden verladen und Richtung Norden ans Donauufer gefahren. Dort fließt ja die Donau schon von West nach Ost. Das ist noch vor dem Donauknie. Dort wurden wir an der Böschung verteilt und sollten angeblich das Übersetzen des Russen über die Donau dort verhindern. Aber erstens war das mal eine Finte. Wahrscheinlich hat man den russischen Funk abgehört und die haben ja uns in die Irre gehetzt, wo sie nur konnten. Das heißt, wir haben dort an der Böschung gelegen, nur mit unseren Handfeuerwaffen. Es waren keine Panzer da, es war keine Artillerie da. Wir hatten noch nicht einmal eine Panzerfaust. Wir hatten nicht einmal ein Maschinengewehr. So sollten wir das Übersetzen verhindern. Wenn ich mir dann heute überlege, wenn der Russe wirklich geplant hätte, dort überzusetzen, dann hätte er das gegenüberliegende Ufer mal mit seiner Stalinorgel umgewälzt. Dann wäre keiner von uns mehr lebend davon gekommen. Aber die ganze Nacht blieb ruhig. Am nächsten Morgen wurden wir mit dem LKW nicht mehr abgeholt. Den Rückweg mussten wir zu Fuß machen. So ging es rückwärts, bis die letzte Station war Schopron. Von dort aus ging es dann über die deutsche Grenze ins Burgenland. Dort machten wir die ortschaftweise nicht mehr noch einmal Pause. Arbeit hatten wir schon keine mehr. Die Verbindung zur Brigade war in der Zwischenzeit abgerissen. Wir waren damit beschäftigt, beschädigte SPWs auszuschlachten, brauchbare Teile noch zu säubern und aufzuheben. Ansonsten war dann alles andere, wurde an den Straßenrand gestellt und blieb stehen. Dann erheben wir plötzlich den Marschauftrag über 100 und ein paar Kilometer. Da gingen wir dann über die Höhen, über St. Pölten, rüber an die Donau, über die Donau, drüber nach Langenlois in der Wachau. Dort war natürlich striktes Alkoholverbot, was nicht anders zu erwarten war. Dort lagen wir drei Tage. Nichts zu tun. Wir haben drei Tage Däumchen gedreht und wussten nicht, was wir machen sollten. Ganz überraschend kam der Befehl, sofort zum Bahnhof Krems, ihr werdet verladen und mit dem Bahntransport in Richtung Dresden geschickt. Gut. Das war alles ruckzuck erledigt. Ab Richtung Krems. In Krems stand der Transportstruck schon bereit. Unsere Fahrzeuge wurden sofort verladen, aber bei der Endkontrolle fehlte ein Werkstattwagen. Jetzt hieß es, Wer meldet sich freiwillig, um zurückzufahren, den Kameraden einzufangen. Der erwähnte Rottenführer Bühler von Ilvesheim bei Mannheim hat sich freiwillig gemeldet. Selbstverständlich war ich dabei. Wir fuhren dann mit einer 12-Tonner-Zugmaschine wieder zurück Richtung Krems. Richtung Langenlois, Entschuldigung. Unterwegs haben wir den Werkstattwagen gefunden. Er war aber manövierunfähig. Er hatte Getriebe, war verklemmt. Wir mussten zuerst die Kartonwähler ausbauen, damit wir überhaupt transportieren konnten, abschleppen konnten. Das nahm einige Zeit in Anspruch. Und als wir wieder zurückkamen an den Bahnhof Krems, war unser Transportzug abgefahren. So standen wir mit der Zugmaschine und dem Werkstattwagen und drei Mann in Krems am Bahnhof und wussten nicht mehr, was wir machen sollten. Mein guter Rottenführer ging dann zum Bahnhof, telefonierte kreuz und quer und kam zurück in der Meldung, wir sollten drei Tage dort warten, dann wird eine bespannte Einheit verladen, ebenfalls in den Raum Dresden, da werden wir mit zwei Wagen angehängt. Ja, die Meldung war gut, aber jetzt kam uns zuerst oder fiel uns zuerst auf, wie unsere Verpflegung bisher so wunderbar geklappt hatte, denn jetzt war niemand mehr da, der uns was zu essen gab. Ich machte mich auf den Weg in die Stadt, besuchte eine Bäckerei, hab der Dame dort unser Kummer vorgetragen. Wir hatten ja Geld, das war kein Problem, aber wir hatten keine Lebensmittelmarken. Sie hatte die Einsicht und hat mir sofort für drei Mann Verpflegung erteilt und hat mir sogar eine Metzgerei empfohlen, wo ich hingehen soll und dort würde ich wahrscheinlich auch etwas Belegung erhalten. Ich tat das und wurde dort genauso freundlich behandelt wie in der Bäckerei, sogar mit dem Auftrag, nächsten Tag oder übernächsten Tag wiederzukommen. So war unsere Verpflegung über die drei Tage auch gesichert. Nach drei Tagen stand wirklich plötzlich ein Transportzug da, auch eine bespannte Einheit mit Pferden war da, die wurde verladen und wir wurden mit zwei Wagen angehängt. So ging es am Abend ab Richtung Dresden. Wir fuhren und fuhren und fuhren, es wurde morgens schon langsam dämmerisch, hielt unser Zug, die Lok hat abgehängt und kam keine neue. Ein Eisenbahner, der dort gerade vorbeiging, den habe ich gefragt, warum geht denn das hier nicht weiter? Erst hat er mich dumm angeguckt, dann hat er gesagt, das geht überhaupt nicht weiter. Sag ich, wieso? In der Tschechei ist Aufstand, die ganzen betrieblichen Verbindungen in das damals Protektorat Böhmen und Meeren sind unterbrochen, es darf kein Zug mehr Richtung Protektorat abfahren. Was passierte? Am Schluss, wo wir angehängt waren, fuhr eine Dampflok bei und wir fuhren in den herrlichen Sonnenschein wieder zurück. Unser Ziel war Bahnhof Krems. Das wurden wir wieder ausgeladen, fuhren dann den Bahnhof raus, also den Schirrbahnhof, da war ein Park nebenan, da stellten wir uns die Zugmaschine ab und legten uns mal zuerst schlafen. Am nächsten Morgen wurden wir durch Detonationen geweckt, verschlafen, mal geguckt, was ist los, aus dem Park, wo die hohen Bäume, schöne alte Buchen standen, Qualmwolken in die Höhe, überall rannten Pferde rum, ohne Sattel, ohne alles, ohne Zügel. Ich ging da runter, ging in den Park und dann standen da die bespannten Einhardt, die haben ihre Wagen zerschlagen und angesteckt, die haben ihre kleine Infanteriegeschütze gesprengt. Dann fragte ich einen, was macht denn ihr, da seid ihr bekloppt? Nein, nein, hat er gesagt, der Griech ist aus. Wie bitte? Der Griech ist aus. Gestern wurde der Waffenstillstand unterzeichnet. Das war der 9. Mai 1945. So waren wir, ohne Einheit, ohne alles. Ich ging dann zurück, verständigte meinen Rottenführer, ich suchte den Fahrer vom Werkstattwagen, der war Österreicher, der war schon nicht mehr da. Der hatte sich schon abgesetzt. Er sagte, was machen wir denn jetzt? Ha, hat der Wilp gesagt. Wir fahren heim. Wir nahmen unsere Zugmaschine und fuhren Richtung Westen. Wir kamen nicht weit, da war unsere Zugmaschine besetzt wie ein Traumplatz mit lauter Soldaten. Überall, halt, 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 mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Ja, so fuhren wir und fuhren und fuhren und fuhren einen Tag, eine Nacht, wieder einen Tag, ohne, dass wir von irgendjemand belästigt wurden. So kamen wir bis nach Freistadt in Österreich. Dort kamen uns dann morgens in aller Herrgottsfrühe Reiter entgegen. Die Reiter schwenkten und fuchtelten mit der Maschinenpistole und trugen KZ-Kleitung. Aber die fuhren und uns waren noch vorbei. Die nahmen überhaupt keine Notiz von uns, obwohl wir ja noch Amtszeichen getragen haben. Ja, wir fuhren weiter aus Freistadt raus unter einer Bahnlinie durch. Ha! Und da stand die amerikanische Militärpolizei. Die winkte uns dann rechts raus, war eine große Wiese. Dort mussten wir unsere Zugmaschine abstellen. Einige Autos standen schon dort und er sammelte sich dann allerhand an. Militärische Fahrzeuge, Privatautos, Motorräder, Pferdefuhrwerke, Fahrräder, alles mögliche, Fußgänger, alles das auf die Wiese. Unsere Freizeitbeschäftigung war dann mal die Spiegel abtrennen, der Hoheitsabtler abtrennen, obwohl das zwecklos war, denn dort, wo er angenäht war, sah man, die Umrisse ohne dies, es war nicht zu verheimlichen. Und so drücken wir den Zag ein. Dann haben sie Zettel verteilt, dass das Tragen von Waffen uns untersagt ist. Jeder, der erwischt wird, der eine Waffe trägt, wird nicht allein zur Verantwortung gezogen, sondern alle, die zu ihm gehörten, werden ebenfalls erschossen. Ich hatte noch eine Pistole dabei, die habe ich aber nicht abgeliefert, die habe ich zerlegt und dort in so einem komischen Wassergraben, dort in der Wiese, habe ich die Teile einzeln versenkt, sodass wahrscheinlich aus der Pistole niemand mehr was gefunden hat. Abends legten wir uns zum Schlafen, wieder auf unserer Zugmaschine, wo sich die anderen alle verteilt hatten, weiß ich gar nicht. Nächsten Morgen stehen wir auf und da kommt einer und sagt, die Amerikaner sind weg. Da sagt man, guter Philipp, wo die Amerikaner weg sind, sind wir auch weg. Aber ein Ausparken war nicht möglich. Vor uns ein Lkw, hinter uns ein VW Kübel, es reichte nicht, um auszuparken. Der Lkw hatte vorne dran keinen Platz, aber der Kübel hatte hinter sich Platz, wenn er also einen Meter zurückgefahren wäre, hätten wir ausparken können. Zu dem Kübel gehörte ein Leutnant von der Wehrmacht, dem wurde gebeten von unseren, ja bestimmt 30 Mann, die ja inzwischen seit unserer Aufgesessenen waren, wurde er gebeten, den Kübel zurückzufahren. Er war stur und sagte, es hat niemand das Recht, diesen Platz zu verlassen. Alles Zureden hatte keinen Zweck. Mein Rottenführer, das war schon eine Frechheit, ein Rottenführer, also ein Obergefreiter zum Leutnant, hat dann zu ihm gesagt, ich gebe Ihnen 10 Minuten Zeit. Wenn Sie in 10 Minuten nicht zurückgefahren sind, ist Ihr Kübel kaputt. Der Leutnant ließ sich nicht erweichen. Mein guter Philp startet den Motor nach 10 Minuten. Wahrscheinlich glaubte der Leutnant, das ist nur ein Drogegebot oder irgendwas und fuhr ganz langsam zurück. Der Leutnant hätte immer noch Zeit gehabt, seinen Kübel zurückzusetzen. Er tat es nicht. Leider war er dann von der Beschädigt, weil wir ihn mit der Zugmaschine zurückschoben. Jetzt war das Geschrei natürlich groß. Wie kann ein Obergefreiter sich das erlauben gegen einen Leutnant? Aber wir parkten aus, unsere Besatzung war ganz schnell wieder da und fuhren gegenüber durch ein Wiesental, nicht der normalen Straße entlang. Fuhren und fuhren und fuhren. Plötzlich sahen wir links oben auf einer Höhe einen Ort. Na, dort fahren wir mal hin. Jetzt kam das nächste Problem. Wir mussten quer über das Tal und in dem Talfloss auch ein Bach. Ob die Brücke über den Bach die 12 Tonnen der Zugmaschine aushalten, das war fraglich. Alles absitzen. Mein guter Film hat angesetzt und kam auch glücklich über die Brücke drüber. Wir erreichten den Ort. Bei der Ortseinfahrt stand mitten auf der Straße ein amerikanischer Panzer. Wir konnten also in den Ort nicht einfahren. Ein Lehrer, der bei uns war, sprach Englisch. Der ging mit zwei Kameraden in den Ort und kam wieder zurück mit einem Panzerfahrer, der den Panzer wegfuhr. Aber einen komischen Nachricht. Wir dürfen in den Ort einfahren. Auch die Ausfahrt aus dem Ort wird freigemacht für uns. Aber wir müssen wieder zurück nach Freistadt, weil wir dort herkommen. Warum? Wir fuhren in den Ort ein. Der Panzerfahrer fuhre auf der anderen Seite den Panzer auch weg. Wir fuhren aus dem Ort wieder raus, Richtung Freistadt. Wir waren kaum aus dem Ort raus. Kamen uns Reiter entgegen. Aus der Ferne ja nicht zu entscheiden, was sind das jetzt Russen oder sind das Deutsche. Als wir näher kamen, stellten wir fest, das waren Deutsche. Die Ersten, die brummten an uns voraus, ohne überhaupt nach uns zu schauen. Die Letzten schrien dann, eben marschiert der Iwan in Freistadt ein. Das war also die Demarkationslinie, die die Russen und die Amerikaner damals ausgehandelt hatten. Auf der einen Seite der Ort mit der Panzersperre, auf der anderen Seite der Russe. Jetzt sagt mein guter Film, wir haben doch ein geländegängisches Fahrzeug. Also fahren wir nicht durch den Ort, sondern wir fahren an dem Ort vorbei. Gesagt, getan. Und wir fuhren wieder, ohne dass jemand nach uns fragte. Und so fuhren wir bis nach Grafenau in den Bayerischen Wald. Dort stand wieder die Militärpolizei und wir durften nur noch hinfahren, wo die uns einwinken. Nördlich von Grafenau ein riesiges Gefangenenlager. Stopp! Unser guter Lehrer hat sich wieder bereit erklärt, dort zu verhandeln und kam auch wieder zurück und sagt, die nehmen uns nicht auf. Alles, was hier Gefangenen ist, sind Gefangene während der Kampfhandlungen. Alles, was nach den Kampfhandlungen gefangen genommen wird, sind keine Gefangenen, das sind Internierte. Deshalb müssen wir dorthin, wo wir herkommen. Unsere erste Frage war natürlich, irgendwo kommen wir her? Ich habe gesagt, wir kommen von Passau. Gut, wir müssen wieder zurück nach Passau. Wir fahren wieder durch Grafenau durch, Richtung Passau. Hinter Grafenau, sagt man will, was sollen denn wir in Passau? Wir wollen doch nach Hause, nicht nach Passau. Also rechts ab, Richtung Westen. Und jetzt war unsere Fahrt zu Ende. Wir kamen keine zwei, drei Kilometer weit mehr. Da stotterte der Motor, der Tank war leer und damit war unsere Fahrt Schluss. Es hieß Absitzen und die Füße bewegen. Und so begann dann unser Fußmarsch unterhalb von Grafenau bis nach Kaiserslautern. Der erste Ort, den wir erreichten, war Thurmannsbang. Das war ein großer Anschlag am Bürgermeisteramt, dass sich alle, die unterwegs sind, bei einem Bürgermeister zu melden haben, kriegen dort eine Bescheinigung und ohne diese Bescheinigung werden sie inhaftiert, wenn sie erwischt werden. Also Rins und Bürgermeister, ohne Legitimation, wir hatten ja kein Zollbuch mehr, war ja alles vernichtet, wo SS drauf stand, das war dahin. Ich hatte nichts mehr, wo mein Name drauf stand, aber der gute Mann war so gut und hat das alles angenommen und hat uns die Bescheinigung ausgestellt. So marschierten wir weiter. Am 1. Juni war ich zu Hause. Diese Wochen bis zum 1. Juni, möchte ich sagen, gehörten zu den schönsten meines Lebens. In jeder Ortschaft wurden wir von der Bevölkerung eingeladen und verpflegt. So was habe ich noch nicht erlebt, wie die Bevölkerung dort zu ihren Soldaten stand. Abends fragten wir entweder auf einem abgelegenen Bauernhof oder einem Ortsraum, ob wir in der Scheune oder im Heustall schlafen konnten. Wir waren jede Nacht in einem Bett oder auf einer Couch. Wir durften nie in einer Scheuer schlafen. Also es war eine Zeit, das war im Mai, war ja auch Pfingsten. Wir gingen aus dem einen Bauernhaus raus, wo wir zum Mittag gegessen hatten, mussten in das nächste schon wieder rein, nochmal essen. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Ich wollte gerade fragen, wie war denn das mit der Verpflegung, wenn du auf dem Nachhause warst? Aber das war ja dann kein Problem. Kein Problem. Kein Problem mit der Verpflegung. Wir hätten mehr zu essen bekommen, wie wir überhaupt wollten. Wenn ich daran denke, nach dem Krieg, wie das Verhältnis von der Bevölkerung zu unseren Soldaten war, das war wie Tag und Nacht. So erreichten wir dann die Höhe vor der Rheinebene. Da standen wir oben im Odenwald, blickten über die Rheinebene. Unten war schon Ladenburg und Ilvesheim zu sehen. Auch der Rhein war zu sehen und drüben das Hartgebirge von der Pfalz. Aber der Rhein war ja noch ein großes Hindernis. Wir gingen dann bergab über die Bergstraße und sind dann in Ilvesheim bei den Eltern meines Kameraden gelandet. Wurden dort herzlich empfangen. Auch dort wurde ich empfangen, wie wenn ich der eigene Sohn gewesen wäre. Was noch sehr nett war. Er hatte eine 17-jährige Schwester. Die war noch hübsch. Also ich hätte es dort wirklich ein paar Tage ausgehalten. Es war mir leider Gottes nicht vergönnt. Am nächsten Morgen kam ein junger Mann und sagte, Philipp, zieh dich an und verschwinde. Leute, die kommen und verhaften dich. Wo soll ich denn hin? Sagt er. Ich bleib zu Hause. Aber zu mir, sagte er. Richard, pack dein Bindel und verschwinde. Schon bist du auch noch reif. So verließ ich dann Ilvesheim mit allen guten Wünschen. Kriegte kaum noch Nachricht, wie so alles weiter passiert. Da bin ich abgehauen. In Richtung Neckarau. Dort hatte ich bereits eine Adresse in der Tasche. Von einem Fährmann, der morgens immer Arbeiter von Mannheim nach Altrip ins Kraftwerk gefahren hat. Und der nahm Lanzer bei der Überquerung des Rheines mit. Er verlangte zwar viel Geld, aber das war für uns kein Problem. Wir hatten ja den Wersold in der Tasche und hatten ja keine Gelegenheit, für einen Pfennig auszugeben. So, ich kam dann nach Mannheim Rangierbahnhof. Da ging eine große Brücke drüber und ich wusste auch schon im Voraus, dass diese Brücke von den Amerikanern kontrolliert wird. Also war ich gezwungen, Richtung Osten wieder zu marschieren, den Rangierbahnhof zu umgehen und bin in Neckarau gelandet. Der gute Mann wohnte im ersten Stock, er lag sogar am Fenster. Es war ja schönes Wetter. Ich habe ihn angesprochen und er gab mir eine Nachricht, die mich damals, ich bin jetzt auch vernichtet hat, aber auf jeden Fall niedergeknüppelt hat. Er sagte, es tut mir leid. Seit heute Morgen fährt der Amerikaner im Boot mit. Es ist mir also keine Möglichkeit mehr gegeben, einen Lanzer mitzunehmen. Ich bin dort abmarschiert Ich weiß heute nicht mehr, wo ich hingelaufen bin. Ich bin einfach gelaufen. Plötzlich wurde ich von zwei Frauen angesprochen. Wie immer hatte ich die Frage, wo kommen sie her, wo wollen sie hin. Auch die haben mich wieder eingeladen, mit nach Hause genommen, haben mich verpflegt. Ich konnte dort übernachten. Sie marschierten sogar mit mir noch am nächsten Morgen Richtung Rheinbrücke. Nach einer ganzen Weile haben sie sich dann verabschiedet. Ich habe mich bedankt und bin weitermarschiert. So kam ich zur Rheinbrücke. In der Rheinbrücke stand so ein kleines Holzhäuschen und davor eine Schlange von deutschen Soldaten. Schön in Dreierreihen, aber bestimmt zwei, dreihundert Meter lang. Und die warteten alle auf die Passage über den Rhein. In dem Häuschen saßen Beamte von der Stadtverwaltung Mannheim. Die kontrollierten die Entlassungsscheine und stellten die Passierscheine aus. Einzel, jeden Einzel kontrolliert, einzelne Passierscheine. Ich habe mich neben auf einen Trümmerhaufen gesetzt, was von der Rheinbrücke abtransportiert war und habe mir das angesehen und dachte, wenn ich so die Schlange betrachte und die Abfertigung so in vier Wochen ist der letzte wurde da steht auch dran. Es ging nicht vorwärts. Auf einmal kam einer aus dem Häuschen raus und fragte, wer will nach Ludwigshafen? 24 Mann Ludwigshafen. Bup, bup, ganz schnell waren 24 Mann da. Die Entlassungsbarriere wurden einzeln kontrolliert und einen Sammel Passierschein für 24 Mann erstellt. Die nächste Frage, wer will nach Neustadt? Dasselbe Theater wieder, jedoch muss ich dazu sagen, die Kontrolle der Entlassungscheine wurde immer schlechter. Wer will nach Kaiserslautern? Ich saß immer noch auf dem Trümmerhaufen und getraute mich nicht vorzutreten. Aber die Passagierscheine wurden so flüssig überflogen. Hatte den Zettel in der Hand? Ja. Wie es dann heißt, wer will nach Homburg? Stand ich bei den 24 und waren dabei. Das Herz schlug. Ich habe gedacht, man sieht es am Hals und die holen mich wieder raus. Hat alles Entlassungspapiere? Ich war der Lauteste, der Ja geschrien hat. Hatte gar keiner. 24 waren abgezählt und ich marschierte über den Rhein. Auf der rechten Seite vom Amerikaner kontrolliert, auf der linken Seite von einem Tunesier. So marschierte ich nach Ludwigshafen. Ich wusste schon von Ilvesheim aus, dass von Ludwigshafen aus jeden Abend um 18 Uhr ein Flüchtlingszug geht, ein Heimkehrerzug. Denn man ohne Fahrkarte und alles benutzen konnte, erfuhr von Ludwigshafen nach Saarbrücken und hielt auf jeder Ortschaft. Urzeitmäßig war das möglich, noch den Bahnhof zu erreichen, so, aber jetzt mal los. Ich kam an den Bahnhof, der Zug stand noch, aber besetzt wie ein Traubenglotz. Auf den Trittbrettern außerhalb, auf den Bühnen, in den Bremserhäuschen, die es damals noch gab, überall saßen sie. Aber ich bekam noch einen Platz auf einem Puffer. So setzte sich um 18 Uhr der Zug in Bewegung. In Schifferstadt hatte ich schon einen Platz auf dem Trittbrett. In Neustadt hatte ich schon einen Platz in einem Abteil. Und so erreichte ich dann gegen Abend Kaiserslautern. An der Sperre, waren ja damals überall noch, standen wieder Tunesier mit ihren roten Fees. Ich hatte ja nichts wie den Scheun von Thürmanns Bang. Den gab ich dem Tunesier, der nahm ihn, lesen konnte ihn ja sowieso nicht, aber hat ihn genau kontrolliert, nicht. Er gab ihn mir wieder zurück und ich konnte verschwinden. So habe ich dann am Abend das Elternhaus erreicht. Wer wohnt in Miete angeklopft, das war noch offen, an der Tür anklopft, stand man schon in der Küche, keine Antwort. Ich drückte die Türklinke, verschlossen. In der selben Etage wohnte noch eine Familie, die habe ich dann aufgesucht. Oh, die waren beglückt, wie sie mich gesehen haben, obwohl ich ständig im Streit lebte. Denn, ich muss vielleicht auch noch kurz erwähnen, meine Mutter war unerträglich. Gegen mich genauso wie gegen die Nachbarschaft. Sie hatte mit jedem Streit. Ich wurde bei denen herzlich aufgenommen, auch eine Tochter, die hat mich dann ausgequitscht mit Fragen. Plötzlich hörte ich dann meine Eltern, wie sie die Treppe hoch kamen. Die Tochter von der Familie Jung rannte raus und sagte zu meiner Mutter, wo treibt denn ihr euch so spät noch rum? Es war ja um 22 Uhr noch Sperrstunde. Und da hörte ich schon wieder den exakten Ton von meiner Mutter. Was geht denn dich das an? Kümmere dich doch um dich. Ich ging dann rauf mit dem Anblick von mir war natürlich alles erledigt. Ich wurde mit reingenommen und sie erzählten mir dann, sie kommen von einer Kartenlegerin. sag ich wo kommt ihr her? Von einer Kartenlegerin. Ihr seid doch auch nicht wie normal. Wir kommen auf so ein Shit glauben. Langsam hat sie gesagt. Sie hat zu uns gesagt geht nach Hause euer Sohn steht vor der Tür. Aber innerhalb von fünf Minuten habt ihr Streit. Da war schon da lauter Kartenlegerin. So war ich zu Hause. Aber die Verpflegung war natürlich miserabel. Das bisschen was mein Vater und meine Mutter bekamen für drei Personen war zu wenig. Am 10. habe ich mich dann im Eisenbahnausbesserungswerk Kaiserslautern beworben für wieder Arbeit aufzunehmen. Ich wurde auch sofort wieder eingestellt, obwohl ich und erhielt Schwerarbeiterkarten, was ein kleines bisschen noch zuträglich war. So schrücken wir uns dann durch bis Anfang Juli, Ende Juni war das schon, Ende Juni. Wurde dann mein Vater verhaftet, weil er SS-Angehöriger war. Er war dann zuerst in der Vorkaserne in Idar-Oberstein inhaftiert. Dann wurde er verlegt in die Festung nach Landau. Von Landau aus kam er dann in ein Baracken nach Ludwigshafen und wurde 1948 dann von Ludwigshafen aus entlassen. In der Zwischenzeit habe ich meine Frau kennengelernt. Das heißt, genau am 3. Juli 1945 ging ich mit einem ehemaligen Schulkameraden durch die Stadt. kamen uns zwei Mädchen entgegen. Er blieb bei den stehen. Ich ging ein Stück weiter und wartete bis er nachkommt. Auf einmal winkte er mir, komm zurück. Ich ging zurück, er stellte mich vor, das eine war seine Cousine und das andere war deren Freundin. Um was geht's? Was ist los? Sie haben das Thema Läuse und du hast doch in Ungarn Läuse gehabt. Erzähl mir wie das ist mit dem Läuse knicken und wie Entlausung vor sich geht. Da haben wir doch über lang haben standen wir zusammen auf einmal ging er mit seiner Cousine weg. Das heißt ich stand jetzt allein mit dem anderen Mädchen da. Also war ich verpflichtet mich um sie zu kümmern. Ich unterhielt mich mit ihr wir spazierten ab und wie es so üblich war habe ich natürlich für den nächsten Tag ein Wiedersehen nicht verlangt aber erbeten. Sie sagte dann zu warum habe ich dann auch mitgebrommen sie ging immer auf den Friedhof und da neben dem Friedhof bei uns die Kaserne ist mit den Amerikanern hatte sie etwas Wuffensausen und da war ich als Begleiter recht dass ich einer größeren Gefahr dabei ausgesetzt war konnte sie nicht ahnen ja und dieses Mädchen gab dann drei Jahre später meine Frau mit der ich 64 und halb Jahre glücklich verheiratet war vielleicht noch eine Episode zu meiner Verpflegung Im ersten Lehrjahr in der Lehrwerkstatt vom Eisenbahnausbesserungswerk war ja da schon der Krieg mit Russland und wir bekamen russische Kriegsgefangene als Arbeiter zugeteilt die übernachteten und lebten in einem Barackenlager in die Spitzbunker die wir damals hatten wo ich auch in einem zuständig war schon durften sie nicht rein die bekamen einen Splittergraben ausgehoben im Fall einem Luftangriff gingen sie dort rein wir hatten mit ihnen keine Berührung es waren unsere Feinde wir wollten auch keine Berührung mit ihnen aber es kam anders im ersten Lehrjahr mussten wir alles verrichten was an Nebenarbeiten in der Lehrwerkstatt anfiel das heißt die Werkstatt reinigen die Toilette reinigen so dazu gehörte auch das Mittagessen abholen in der Kantine mit Thermosbehältern in unseren Aufenthaltsraum bringen das Essen ausgeben und die Thermosbehälter wieder zurück zur Kantine bringen und den Aufenthaltsraum säubern da musste immer Pico Pilo sauber sein weil er auch zum Empfang von Werksgästen benutzt wurde und da die meistens zur Besichtigung kamen war direkt an unseren Aufenthaltsraum eine Bühne eine Terrasse angebaut wo man das ganze Kesselhaus überblicken konnte wir waren gerade beim Reinigen des Aufenthaltsraumes blickte ich durch den Spalt raus auf die Terrasse wo wir die Thermosbehälter abgestellt hatten hatten die waren aber alle zusammen geschüttet in einen Behälter das heißt so an Kartoffeln und Gemüse und Soße und alles Kraut und Riefe Salat alles untereinander und da sah ich plötzlich einen Russen mit einer Konservendose aus dem Thermosbehälter schöpfen und gierig sich in den Mund schütten traute meine Augen nicht wie er sah dass ich ihn beobachte war er verschwunden ich habe meinen Freund damals war Adrian Nassau von Hochspeyer den habe ich davon unterrichtet wir gingen raus die Leiter stand noch wo er hochkam aber er war verschwunden dieser Anblick hat damals meine Einstellung zu den Russen total verändert ich habe mir gesagt was muss ein Mensch leiden bevor er mit einer rostischen Dose so einen Schweinefraß schöpft und ist aus reinem Selbsterhaltungstrieb das einzige was wir tun konnten war ja alles gesetzlich verboten was wir tun konnten war am nächsten Tag schütteten wir die Thermosbehälter nicht mehr zusammen sondern zählten sie einzeln auf die Terrasse es war da nicht nur ein Russe es waren schon zwei die kamen aber unsere Woche war ja schnell beendet was die anderen dann machten wusste ich ja nicht nachdem ich mich freiwillig gemeldet hatte zur Waffen SS musste ich ja in die Musterung zu der Musterung brauche ich Freizeit habe dann die Einberufung zur Musterung meinem Meister vorgelegt und das war ein Hochstapler möchte ich fast sagen er glaubte schon Gott zu sein er sagte damals zu mir wenn du zu mir kommst und legst mir einen Ahnameschein vor wo nicht drauf steht Luftwaffe dann wird er von mir zerrissen wie konnte sich ein Mann zu sowas hin reisen lassen ich habe für mich du kleines Arschloch gut hat ich gesagt wie konntest du dich zu sowas hin reisen lassen ich erhielt meinen Ahnameschein legte ihn vor er saß in einem Glaskasten in seinem Büro die ganze Lehrwerkstatt wusste was in dein Kuvert drin war und wusste auch was der Meister gesagt hatte ich habe ihn höflich übergeben hat ihn aus dem Kuvert entnommen gelesen und genauso searchfieldig wieder zusammengelegt und in das Kuvert versenkt und jetzt habe ich gedenkt da ich für die Fliegerei nichts ausgab habe ich für mich gedacht jetzt hast du bei ihm ganz unten durch jetzt hast du nichts mehr zu lachen war ein Fehler von mir es kam genau umgekehrt mit der freiwilligen Meldung zur Waffen-SS hatte ich eine ganz andere Beziehung zu unserem Meister wie vorher ich konnte mit ihm sogar Blödsinn machen was er mir vorher verboten hat ich sage Ihnen ein Beispiel erhielt immer so Moralpredigten vor der ganzen Lehrgang und eines Tages war es wieder so und dann kam immer wieder die Endphase ihr seid der doofste und der faulste Lehrgang der je in dieser Lehrwerkstatt war als er mit seiner Moralpredigt beendet war Herr Lohrisch dürfte ich da was sagen dazu ich dachte ja warum sie haben uns vor kurzem gesagt dass unser Lehrgang doppelt so stark ist als alle bisherigen dann dürfen wir doch auch doppelt so faul und doppelt so dumm sein wieder erwartete ich ein Aufbrausen nichts er lachte und alles lachte mit das hätte ich mir vorher nicht erlauben dürfen lag das daran dass die Waffen-SS auch so als Elite-Truppe angesehen wurden oder was war da ja was sein Grund war ist mir heute noch schleierhaft ich weiß es nicht denn durch das wo unsere Lehrwerkstatt eine Segelfliegerwerkstatt eingeschlossen war und wir waren ja gleichzeitig die Fliegergefolgschaft von der Hitlerjugend war das und ich gab für die Fliegerreihe nichts aus ich hatte ja ein Ziel so und aufgrund dessen wurde plötzlich ein Pärchen gesucht das die Baracken der Russen beaufsichtigt Reparaturarbeiten ausführt und so weiter wer war das die Nummer eins die in den Russen kam das war ich so hatte ich zum ersten Mal Zutritt in dieses Lager und traf ja dann wieder die Russen damals vom Aufenthaltsraum wenn sie mittags noch in den Betten lagen weil sie Nachtschicht hatten in der Zwischenzeit sprachen ja sie sogar Deutsch und sogar dort entstand ein verhältnismäßig gutes wir kamen prima miteinander aus manches Stück Brot, manches Stück Obst, Streichholz, Zigarettenpapier was es noch ohne Lebensmittelkarten ohne Karte zu kaufen gab schleppten wir in der Tasche und im Werkzeugkasten Witt und verteilten das und die waren für jedes Stückchen dankbar jetzt komme ich wieder zurück zu meiner Frau die hat in einer Metzgerei geschafft ich habe sie dann um halb sieben abgeholt so marschierten wir durch die Stadt plötzlich oben im zweiten Stock von einem Haus ein Getöse, ein Geschrei ich habe mich ja um nichts gekümmert ich durfte mich ja in nichts einlassen damit ich nicht mit der Polizei und mit den Amerikanern in Berührung kam wir marschierten weiter, waren schon in der Hälfte von der Fruchthalle hörte ich hinter mir Trampeln von Stiefeln, von genagelten Stiefeln ich blickte zurück und sah dort fünf Russen in Uniform im Dauerlauf hinter uns herkommen ich sagte zu meiner Freundin, hau ab, ich beschäftige dich, bring du dich in Sicherheit nein, sie blieb stehen so holten uns die Russen ein wir standen in der Mitte, sie standen um uns herum die hoch und stark belebte Straße war plötzlich menschenleer niemand war mehr zu sehen als wie die Russen und wir Sekunden wurden zu Minuten wie lange wir dort standen, ich weiß es nicht bis einer von den Russen sagte ja Richard, kennst du uns doch nicht mehr in echtem Pfälzer Dialekt dann waren das die Russen aus dem Russenlager im AW und die luden mich ein, für den nächsten Abend zu ihnen zu kommen ich brachte dann meine Frau nach Hause war ja schon wieder gleich Sperrstunde am nächsten Abend habe ich sie aufgesucht und sie hatten aufgetischt, was das Herz begehrte da habe ich mich mal richtig satt gegessen und so ging ich jeden Abend zu den Russen essen sie haben mich dann gefragt, wie das alles so war ich habe ihnen erzählt von meinem Vater, dass er verhaftet wurde habe ihnen auch erzählt, dass sie mir keine Lebensmittelkarten geben weil ich keinen Entlassungsschein hatte auf einmal kam ich zu ihnen und da sagen sie zu mir übermorgen brauchen wir dich, übermorgen früh für was? übermorgen früh brauchen wir dich na gut, ich musste ja wieder frei holen beim Meister da kam ich auch am nächsten Morgen um 10 Uhr war ich bei ihnen und was gibt es jetzt? ach komm, wir marschieren nochmal ab wir gingen über den Schillerplatz durch die Schillerstraße am Stiftsplatz entlang in die Bismarckstraße und in der Bismarckstraße war die amerikanische Militärregierung genau dort, wo ich nicht hin wollte dort sind die mit mir hinmarschiert als wir in das Gebäude reinkamen heute ist die Pfalzbibliothek da drin reinkam ich dann schon ein Dolmetscher dort aber ich verstand weder Russisch noch Englisch ich ging dann mit ihnen in einen Raum da saßen zwei amerikanische Offiziere sie schickten mich gleich wieder raus ich musste warten so 5, 6, 7 Minuten habe ich gewartet bis sie mich wieder reinholten und überreichten mir ein Kuvert haben mich verabschiedet mit meinen russischen Freunden habe ich die amerikanische Militärregierung wieder verlassen außen auf der Straße habe ich gesagt was soll denn das? gehe mit diesem Schreiben aufs Wirtschaftsamt und du bekommst Lebensmittelkarten ich in die Schlosskasse habe ich heute ja alles abgerissen das Wirtschaftsamt und bekam wirklich Lebensmittelmarken ich gab das Schreiben ab ich habe es anschließend nicht mehr zu Gesicht bekommen ich ging mittags auf meinen Arbeitsplatz erzählte meinen Arbeitskameraden was heute Morgen passiert ist die glaubten das gar nicht ging den nächsten Abend wieder hin ich bedankte mich höflich wir haben zu mir nichts zu danken wir haben Gleiches mit Gleichem vergolden vielleicht eine Woche später kam ich wieder hin und sie waren nicht mehr da wo sie hinkamen ich weiß es nicht ich habe niemals mehr was von ihnen gehört und das war obwohl die wussten dass sie bei der SS waren? ja wussten sie alles habe ich alles erzählt das ist ein toller Andock steht ja ziemlich im Widerspruch zu dem was man so hört wie SS-Männer mit SS-Gefangene oder SS-Leute mit Russen ja sie haben mir dann auch erzählt was nach dem Krieg nach dem Einmalster Amerikaner das passiert ist da war ja ein Vorarbeiter bei uns in der Wagenwerkstatt da hat die Russen jeden Tag verprügelt es war also schon verheerend den guten Mann haben sie bei uns in Braunheim aus dem zweiten Stock aus dem Fenster geworfen er hat das nicht überlebt unser stellvertretender Werkdirektor hat die Fleischrationen die eigentlich den Russen gehörten an seine Familie verteilt hat die ganze Verwandtschaft mit Fleisch versorgt was eigentlich den Russen zugestanden wäre den hat man im Hof vom Eisenbahnausbissungswerk totgeschlagen also die Russen haben sich daneben benommen aber man sollte auch dafür Verständnis aufbringen wenn man jahrelang gequält wird und wird dann plötzlich frei wer rächt sich dann nicht jetzt würde ich gerne nochmal so ein paar Fragen stellen und zwar würden sie sich denn also wenn sie in der Waffen-SS waren haben sie sich als Angehörige einer Elite-Truppe gefühlt? ja weil die ganzen Wehrmachtsberichte und alles haben gezeigt dass die SS praktisch das Feuerwehr war sie wurde überall dort eingesetzt wo es am schlimmsten herging und wo setzt man dort eine Einheit ein wenn sie eine Elite-Truppe ist anders ist das nicht der Fall ich war also fest davon überzeugt dass die SS eine Elite-Truppe ist woran gab es da Unterschiede in der Ausrüstung oder was war das oder war das einfach eine Ausbildung? es wird heute behauptet dass die SS besser ausgerüstet war wie die Wehrmacht ob das stimmt kann ich nicht beurteilen aber die ganzen Ausrichtungsgegenstände kamen von der Wehrmacht die SS hatte keine eigene Ausrichtung also da hat die Wehrmacht ihr Bestes der SS gegeben und waren sie besser ausgebildet? war das ein Unterschied in der Ausbildung? nein die Grundausbildung war praktisch dasselbe und wie war das Verhältnis zu den Kameraden aus der Wehrmacht oder hat man mit denen gar nicht so viel zu tun? das war zum Teil gut zum Teil schlecht normal also? ja gab es da eine Art Konkurrenzdenken? ja ohne Zweifel ich habe zum Beispiel wie ich nach Ungarn kam und wurde der der Kompanie zugeteilt war in einem Schulhaus und oben im Schulhaus saß ein Wehrmachtsmelder was da für eine Aufgabe hatte wusste ich nicht mit dem kam ich ins Gespräch und er hatte mir erklärt er weiß nicht wo er was zu essen her bekommen soll und dann ahnungslos wie ich war sagte er geht doch mit uns an die Felkisch gesagt getan er bekam sein Essen aber er getraute sich nicht aber er getraute sich nicht von sich heraus zu unserem ich bin mir zu nehmen die Felkisch und dann